Willkommen zum Rodeln in Chisana Pariol. Und jetzt drücken wieder die deutschen Fans die Daumen. Der Start sah schon mal gut aus. Ja, aber das geht noch besser. Klar, besser geht immer. Großartige Zwischenzeit. Ganz leicht berührt am Banden. Kein Problem, es hat kaum Zeit gepasst. Ja, aber wirklich nur ganz leicht. Die Zwischenzeit ist exzellent. Auf jeden Fall. Ein sehr schnelles Rennen bisher. Ah, fantastisch. Tolle Zeit, die er da rausgefallen ist. Ja, in dieser Form ist er wirklich kaum zu schlagen. Eine fantastische Stimmung, die heute herrscht. Super Publikum, ja. Super Fans. Super, super, wie er da vom Start wegkommt. Oh, nee. Oh, nee. Ganz leicht berührt er die Bande. Kein Problem, das hat kaum Zeit gekostet. Großartige Zwischenzeit. Oh, nee. Einmalung, was für eine Farbezeit. Einmalung, was für eine Farbezeit. Oh, nee. Danke. Vielen Dank.